Den, ne aber nicht hier, um Himmels Willen. Ah, achso, Remove Floors. Äh, bitte, 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 den Spaceport. Wo bauen wir denn den? Ich hätte vielleicht gesagt, ich weiß nicht, kann man den hier so angrenzend bauen? Aha, das scheint, glaube ich, nicht zu funktionieren. Machen wir mal vielleicht einen Korridor. Und zwar hier raus. Und dann machen wir hier den Spaceport. Visitors Spaceships... Visitors Spaceships Dock hier. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie groß ich den machen soll. Aber der ist eh verdammt billig. Jetzt hätte ich gesagt... Machen wir hier mal... Ja, so, so, so. So, so und so. So, dann haben wir wieder unser Viereck. Ich mache jetzt allerdings mal folgendes. Ich knalle da nochmal Fünfe hin. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, Doc. Wir sollten das use the stock to teleport in and out of the station. So, sehr schön. Ah, hier, Wayhouse. Das ist etwas, was ich da noch bauen wollte. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht. Dann hätte ich gesagt, machen wir hier vielleicht... Restrict passage to certain areas of the station. Dann hätte ich vielleicht gesagt, dann knallen wir das vielleicht mal hier hin. Und einmal dahin. Ich weiß nicht, ob wir das zweimal brauchen. Aber dann hätten wir so einen Korridor, der auf jeden Fall abgesichert ist. So, wir haben wieder etwas, was fertig ist. Jawohl, da geht's Flammenwerfen. Da lässt sich's dann doch auch wieder etwas besser kämpfen. Apropos besser kämpfen. Warte mal. Ja, die müssen sich noch ein bisschen bewähren, bevor sie Level 2 werden. Aber bevor sie nicht Level 2 sind... Oh, Moment, nein, das wollte ich jetzt nicht. Bevor sie nicht Level 2 werden... Werde ich sie jetzt auch ehrlich gesagt nirgends hinschicken. So, da unten haben wir die Küche. Da wollen wir die Küche mal ein bisschen ausstatten. Dann hätten wir hier... Weil's so schön ist. Ach komm, was soll da jetzt? Hier, hier noch. So. So, der hier läuft. Die Sicherheitsschleuse. Da bin ich jetzt mal echt gespannt. Die kann wahrscheinlich auch nicht unbedingt gerade jeder bauen. Die Ingenieur ist grün. Da haben wir jetzt gerade keinen da. Deswegen wird's wahrscheinlich auch noch in einem Moment dauern, bis das überhaupt gebaut werden kann. Ich vermute es zumindest mal. Ähm, werden wir gleich sehen. Warten wir, bis die anderen zurück sind. Rüsten sie aus. Ah, nee, es geht. Nee, 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 es kann nicht nur der Ingenieur. Aha. Officers, Visitors. Allowed. Okay, also ich kann hier jetzt momentan keine genaueren Einstellungen machen. Ich kann nur sagen, gut, Besuche sind erlaubt oder verboten. Mehr geht nicht. Ja gut, das ist dann vielleicht trotzdem nicht schlecht, wenn man es an zwei Positionen hat. Ähm, muss ich mal gucken, weiß ich noch nicht. Wir machen es nach dem anderen. Jetzt machen wir uns erst mal die Küche aus. Achso, was wir natürlich auf jeden Fall noch brauchen ist, äh, wo ist es? Ah, wir haben ja hier auch noch ein paar Verzierungen, ne? Okay, jetzt sind wir langsam. Ähm, mal langsam. Zuerst brauchen wir mal ein Warehouse. Ups, äh, nee. Ach, Venufloos. Verdammt. So, Warehouse. Jetzt sind wir. Ähm, das müssten, glaube ich, die hier sein, oder? Ja. Äh, dann knallen wir hier nochmal vier hin. Da hätten wir über unsere vier. Ich denke mal, einen größeren Lagerraum brauchen wir jetzt erst mal nicht. Und selbst der ist jetzt, äh, ja, erst mal zu, erst mal überdimensioniert. Und, yippie. So, Success, Bonobie Level 2, Frasco, Make Runs. Hm, hört sich so ein bisschen italienisch an. Und auch dieser Auftrag hier ist fertig. Gell Persson und Joseph Juggitsch sind jeweils auch auf Level 2 gestiegen. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Ich weiß, ich bin blöd. So, äh, die Küche ist fertig gebaut. Schön habt ihr das gemacht. Dann müssen wir jetzt gleich mal, nachdem wir da alle da sind, müssen wir jetzt gleich mal, ähm, eure Ausstattung ein bisschen anpassen. So, da hätten wir für den Level 2 Engineer, hätten wir auf jeden Fall, puh, ja, einen Flammenwerfer. So, ist es die Frage. Äh, das ist eine Verbesserung von 9 Power. Da müssen wir erst mal gucken, ähm, okay, das auf jeden Fall. Äh, ja, da kann man jetzt auch inhalten, was man will. Das hier ist beispielsweise nur eine Verbesserung von, äh, 8. Und da hätte ich es gesagt, gut, jetzt stecken wir uns doch dem anderen zu. Äh, hat der sonst noch irgendwas? Oh, der hat sogar, der ist sogar, oh. Hier haben wir sogar noch welche, die sind nicht bewaffnet. Ja gut, äh, Moment, jetzt geben wir dem hier erst mal den Flammenwerfer. Flammenwerfer ist immer gut. Äh, dann haben wir hier. Ja, gut, äh, lässt sich jetzt drüber streiten, ehrlich gesagt. Health Bonus, äh, da ist nichts. Ah ja, ich weiß nicht. Dann geben wir es halt mal dem da. So. Ansonsten war es das, glaube ich. Äh, oh, was mache ich da? Ich muss ja angewöhnen, mit der rechten Maustaste auf jeden Fall zu klicken. Ähm, so, wenn wir aber schon hier sind, dann können wir gleich mal eben, wo war denn das jetzt? Space Board. Hier ist ein Dock. Ähm, kommen die auf die, auf die Kreuze da drauf? Dann hätte ich nämlich gesagt, dann klatschen wir direkt eins hin. Oder machen wir das da hinten? Machen wir das da? Machen wir da. Nein, nein. Ja, was? Kann auch nichts für. Hahahaha. So. Äh, dann wollen wir dann eben schauen. Und zwar, welche sind denn unbewaffnet? Der Level 2 Doktor. Ähm, dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine Waffe. Ich brauche den Doktor auf jeden Fall mit dabei. The One. The One and Only. Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Aber gut. Äh, der Doktor geht auf jeden Fall mit. Beziehungsweise, was war er mal? Nee, wir haben keine spezielle Klasse. Äh. So, der Doktor geht mit. Und ich habe keine Ahnung, der Diplomat. Vielleicht haben wir noch einen Diplomaten im Sack. Nee, gut. Dann, äh. Dann nehmen wir mal den Ingenieur. Und tschüss. So, was gibt es hier? Health-Frag Intervention. Hier könnten wir Diplomaten reinstecken. Haben wir einen kleineren Diplomaten? Nein. Äh. Und dann nehmen wir vielleicht noch irgendwas mit, was wir doppelt haben. Den Scientist. Und zwar natürlich den Level 1. Und weil das noch nicht genug war, müssen wir noch den Strategien mitschicken. Und los geht's. So, dann gibt es hier Aluminium. Da stecken wir auf jeden Fall einen Scientist rein. Mal gucken. Ja, uh. Das wird knapp. Nee, da müssen wir dann, glaube ich, dann doch mit der Hand rein ran. So, oh, was haben wir denn hier? Hygiene, Hunger. Okay. Very bad. Ähm, okay. Ich muss gleich mal schauen. Das ging jetzt aber schnell. Das ging jetzt wesentlich schneller wie... Opinion. Very bad. Was passiert? Oh. Heißt das in 100... In ca. 100 Sekunden verlässt er mich? Oh, das... Ah, das sind Gäste. Ja, cool. Achso. Ja, gut. Okay. Geil. Ich wusste nicht, dass jetzt schon jemand kommt. Ich habe doch... Ich war doch nur nirgends zu besuchen. Okay, das ist cool. Ähm, kannst du... Okay. Dann würde ich sagen, disable. Dann soll diesmal... Ja, dann soll diesmal vergrümeln. Es tut mir so wie... Ähm, ich wusste nicht, dass jetzt schon jemand kommt. Ich habe einfach gedacht, ich baue mal. Ja, und da ich ja sowieso gleich weg will... Also... Verreißen. Auf einen anderen Planeten. Denn wir brauchen Rohstoffe. Apropos... Äh, was macht der hier? Ach, das ist ein Visitor. Human Visitor. Sleep. Sleep. Ah, okay. Da würde ich gerne einkaufen. Aber ich habe nichts zu verkaufen. Ja, ist klar. Warum habe ich nichts zu verkaufen? Das dürfte doch wohl klar sein. Warum? Na gut. Äh... Shotgun. 44 Power. Dass das niemandem... Warte mal. Ach, das könnt ihr natürlich nicht benutzen, ne?